Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Vorlesung Demokratie und digitale Revolution begrüßen. Wir haben diese Vorlesung im Team gestaltet. Sie werden eine Reihe von Referentinnen und Referenten auch noch hören. Ich werde jetzt versuchen, unsere gemeinsame Zielsetzung Ihnen ganz kurz zu präsentieren. Die Grundausgangsfragestellung betrifft die digitale Revolution, die seit Ende der 1990er Jahre unsere Gesellschaft tiefgreifend verändert hat. Als eine Folge der Änderungen der Kommunikationsformen von analogen Signalen hin zu digitalen Signalen sind alle Lebensbereiche seit spätestens den 1990er Jahren radikal neu gestaltet worden. Wir als einfache Empfänger von Signalen haben aber auch gleichzeitig durch die digitale Revolution die Möglichkeit bekommen, auch selbst Signale auszusenden, nicht nur über die digitalen Medien, sondern auch über andere Technologieformen. Das ist eine ganz zentrale Änderung auch der Kommunikationsmöglichkeiten. Die digitale Revolution hat alle Lebensbereiche, wie ich bereits gesagt habe, erfasst und total verändert. Also auch unsere sozialen Interaktionen im Privaten, in der Familie haben sich völlig verändert. Spätestens mit E-Mail, mit Internet, mit Smartphone und vielen anderen technologischen Änderungen sind unsere auch sozialen Interaktionen andere geworden. Auf der einen Seite bietet die digitale Revolution unglaubliche Möglichkeiten, auch in der Lehre, in der Forschung haben wir völlig neue Voraussetzungen. Wir arbeiten alle in vielen Bereichen plötzlich mit Big Data. Wir sind global vernetzt in Echtzeit. Aber gleichzeitig hat die digitale Revolution, von der wir am Anfang geglaubt haben, dass sie die Gesellschaften besser macht, dass sie die Demokratie auch in die Welt hinaus ertragen werden, auch viele Gefahren mit sich gebracht, die vielleicht am Anfang in den 1990er Jahren noch nicht so gesehen wurden. Wir sehen das sehr deutlich im Bereich Datenschutz, aber auch totale Observation all unserer Lebensaktivitäten. Wenn wir nach China schauen, in ein totalitäres Regime, wenn wir nach Russland schauen, sehen wir, wie stark auch die Gesellschaften durch digitale Observation ständig kontrolliert werden. Und wir sehen das aber auch in den Demokratien, wie Wahlen manipuliert werden, wie Wahlen beeinflusst werden können. Also auch das sind Dinge, mit denen wir uns in dieser Ringvorlesung auseinandersetzen. Ein drittes Element, das in allen Beiträgen ganz wichtig ist, wir wollen uns nicht nur auf eine Bestandsaufnahme beschränken, sondern wir wollen auch einen Beitrag leisten, wie wir die digitale Revolution positiv gestalten können, sodass die parlamentarische Demokratie und die Gleichheit vor dem Gesetz und im politischen Entscheidungsprozess bewahrt wird. Wir wollen nicht, um das auf den Punkt zu bringen, ständig jammern, sondern wir wollen auch hier konkrete Beispiele bringen, wie es möglich ist, die digitale Revolution bis hin zur künstlichen Intelligenz so gestalten, dass sie reguliert wird und dass sie auch kontrolliert werden kann und uns nicht so über den Kopf wächst und wir dann letzten Endes unter einer totalen Überwachung stehen. Das ist nichts Neues in der Geschichte, dass derartige revolutionäre Innovationen und Änderungen der Kommunikationsformen und der Wirtschaft und der Gesellschaft auch reguliert und kontrolliert werden müssen. Wenn wir ins späte 19. Jahrhundert schauen, ist das dort genauso gewesen. Die sogenannte gusseiserne industrielle Revolution hat auch furchtbare negative Auswirkungen von Kinderarbeit, Frauenarbeit, Arbeitszeiten und so weiter auf die Gesellschaft gehabt, ganz abgesehen von den Umweltschäden in den Großstädten, in den industriellen Ballungszentren und es ist wirklich gelungen, über die Jahrzehnte diese negativen Auswirkungen in den Griff zu bekommen und dann die industrielle Revolution positiv neu zu erfinden und zu transformieren. Genau diese Herausforderung stellt sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft und auch das ist Teil dieses Vorlesungszyklus. Was wir auch versucht haben, ist konkrete Beispiele zu geben. Hier gibt es in Wien eine Gruppe, die auch international versucht, einen digitalen Humanismus in die Debatte, um die Zukunft der digitalen Entwicklungen der neuen Technologien zu bringen, also auch stärker demokratiepolitisch die technologischen Innovationen zu begleiten, um hier auch zu verhindern, dass sich die digitale Revolution letzten Endes gegen die Menschen stellt, sei das durch die Überwachung aus der Manipulation durch totalitäre Regime oder autoritäre Diktaturen. Aber das betrifft genauso das heiße Thema der künstlichen Intelligenz, KI. Das kann ein Vorteil sein. Wir können das wirklich auch dazu nützen, um unsere Forschungsmöglichkeiten noch besser zu optimieren, um riesige Datenmengen auch positiv durchforsten und durchforschen zu können. Aber gleichzeitig ist natürlich KI auch eine Gefahr, die dann letzten Endes eigentlich die menschliche Kontrolle und die menschliche Intelligenz infrage stellt. Also da ist, glaube ich, Wien auch federführend mit dem Manifest für digitalen Humanismus. Wien ist auch eine Großstadt, die sich sehr früh als Smart City definiert hat, die also auch versucht, die Bürger und Bürgerinnen wirklich positiv in den digitalen Informationsprozess einzubinden. Und das haben wir in dieser Vorlesung, die auch in Kooperation mit der Stadt Wien erfolgt, ist, glaube ich, auch sehr gut eingebunden. Sie werden auch Beispiele aus Forschungsbereichen hier hören, weil es eben eine neue Möglichkeit gibt, große Textcorpora auch viele unterschiedliche Informationsformen von Text über Bild, über YouTube-Video zu analysieren und auch für Lehre und Forschung neu einzusetzen oder überhaupt die Informationswelt neu zu hinterfragen, zu gestalten. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt auch in dieser Vorlesung, eben auch Möglichkeiten anzubieten, die Gefahren der digitalen Revolution rechtzeitig im Bereich des Unterrichts, der Lehre, der beruflichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung zu erkennen, um hier nicht manipuliert zu werden oder auf Weltverschwörungstheorien, Hate Speech oder völlig falsche Informationen, sogenannte Fake News, hereinzufallen. Zusammenfassend, es ist ein, glaube ich, sehr spannendes Kapitel, das wir Ihnen hier anbieten. Sie haben wirklich exzellente Expertinnen und Experten. Sie haben das Neueste auch zur Frage der Interaktion mit künstlicher Intelligenz auch in dieser Vorlesungsreihe. Ich hoffe sehr, dass Sie aus dieser Vorlesungsreihe auch viele Ideen mitnehmen, in die Gesellschaft rückbinden, weil es auf der einen Seite wirklich eine große Chance ist, auch globale Entwicklungen, auch negative Entwicklungen wie den Klimawandel, den ungleichen Abbau, Ausbau, die Ausbeutung von Ressourcen letzten Endes auch in den Griff zu bekommen und positiv zu drehen. Also eine große Chance bietet die digitale Revolution. Auf der anderen Seite kann es ja auch eine sehr große Gefahr darstellen, der totalitären Überwachung von Gesellschaften, von Menschen. Also mehr noch, als sich das George Orwell mit 1984 vorgestellt hat. Aber wir bleiben, wie Sie dann auch bei vielen Beiträgen merken werden, optimistisch. Und ich wünsche Ihnen wirklich eine spannende Interaktion auch mit dieser Vorlesung. Danke. Danke.